Die letzte Woche war noch gekennzeichnet durch gemischte Makrosignale. Allerdings wird für die US-Notenbank jetzt ein Faktor besonders relevant. Es ist nicht die Inflation, hat aber indirekt natürlich was mit der Inflation zu tun. Darüber werden wir jetzt gleich sprechen. Zudem gibt es einen weiteren globalen Krypto-Dienstleister, wo die Alarmglocken gerade angehen, um wen es sich handelt und was da jetzt gerade passiert. Darüber werden wir natürlich auch sprechen. Ich werde euch wieder die aktuellen Liquidierungszonen bei Bitcoin zeigen. Falls dir dieses Video hier gefällt, lass gerne einen Daumen nach oben da und abonnier auch gerne den Kanal, falls du neu hier bist. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Wie geht es jetzt kurz bis mittelfristig weiter für Bitcoin und auch den Kryptomarkt und natürlich auch die traditionellen Märkte? Die Korrelation ist weiterhin vorhanden. Wenn man mal jetzt aktuell auf den Chart mal blickt, sehen wir, dass die traditionellen Märkte jetzt gerade abverkauft werden. Bitcoin kann sich in unserer roten Box halten. Wir hatten ja nochmal ein höheres Hoch hingelegte 17.400 US-Dollar. Letzte Woche hatte noch Jerome Powell sich zu Wort gemeldet. Am Mittwoch gab es eine Pressekonferenz und da hat es für die Anleger schon gereicht, dass er einen sanfteren Ton an den Tag gelegt hat. Viele neue Erkenntnisse gab es nicht. Nur wenn man mal zwischen den Zeilen gelesen hat, werden wir gleich auch nochmal genauer drüber sprechen. Aber allgemein keine neuen Erkenntnisse. Aber trotzdem hat das hier gereicht, dass die traditionellen Märkte aufgekauft worden sind, haben nochmal ein höheres Hoch hingelegt. Aber viel wichtiger waren die Daten, die am Donnerstag und Freitag reingekommen sind. Es gab in den letzten Tagen kein Video. Mir ging es gesundheitlich nicht so gut. Deswegen nicht wundern, dass es da jetzt in den letzten Tagen kein Update gab. Ich bin auch noch nicht 100% fit, aber es ist jetzt nichts Schlimmes oder so. Also es geht weiter. Macht euch keine Sorgen. Aber deswegen gab es in den letzten Tagen keine Videos. PCI-Kernrate kam am Donnerstag und am Freitag die Arbeitsmarktdaten, die sehr relevant waren. Zuerst die PCI-Daten von Monat zu Monat, die Core-Daten ohne Energie- und Lebensmittelpreise waren niedriger als erwartet. Zuletzt waren wir dabei 0,5% von Monat zu Monat betrachtet. Die Prognose lag bei 0,3% und am Ende wurden es dann halt 0,2%. Also besser als erwartet, aber auf Jahresperspektive gesehen, wenn man genau den Jahresvergleich zieht, war es genauso wie erwartet bei 5%. Deswegen gab es da jetzt noch nicht noch einen zusätzlichen Pump oder so ähnliches, weil auch natürlich irgendwo das Ganze vorweggenommen worden ist. Dadurch, dass einfach die Märkte schon am Mittwoch in die Höhe geschossen sind, obwohl eigentlich keine neuen Erkenntnisse vorhanden waren. Was ist aber jetzt aktuell wichtig, wenn man mal vor allem auf die Daten blickt von Freitag, Arbeitsmarktdaten? Und das ist jetzt der Faktor, den ich für sehr relevant aktuell halte. Hat auch Berenson einen sehr guten Artikel darüber geschrieben, warum die FED aktuell eher auf den Arbeitsmarkt blickt, anstatt direkt auf die Inflationsdaten. Der Arbeitsmarkt spielt natürlich eine Rolle für die Inflation. Darüber sprechen wir jetzt auch, weil wir haben beispielsweise die Arbeitslosenquote bekommen, 3,7%. Wir hatten auch zuletzt 3,7% und wir wollen oder die US-Notenbank, nicht wir, sondern die US-Notenbank möchte ja die Arbeitslosenquote erhöhen oder in die Höhe treiben, damit es nicht zusätzlich noch zu einer Lohninflation kommt. Das Problem, ihr seht es aber hier schon, 3,7% schon im Vormonat gewesen und wir sind auch da geblieben. Und wenn man mal noch ein bisschen weiter ins Detail geht, auf die Stundenlöhne sich mal fokussiert, sehen wir, dass wir da viel höhere Werte bekommen haben, als das, was prognostiziert worden ist. Hier Stundenlöhne von Monat zu Monat betrachtet 0,6% höher, die Prognose lag bei 0,3%, von Jahr zu Jahr betrachtet 5,1%, die Löhne höher, die Stundenlöhne und die Prognose lag hier bei 4,6%. Und das große Problem ist aktuell in den Staaten und wie gesagt, dieser Bericht von Barron ist da absolut top, da lohnt sich ein Blick, ist glaube ich aber hier nur in der Premium-Variante. Aber ich fasse euch das mal zusammen, was hier gesagt wird und das hat er auch am Mittwoch Jerome Powell angeteasert und deswegen war es halt wichtig, zwischen die Zeilen mal zu blicken und zu lesen, was überhaupt da jetzt gesagt wird. Er sagt nämlich, der Arbeitsmarkt ist in einem zu guten Zustand aktuell dafür, dass die Inflation weiter runtergehen könnte. Also die wollen weiterhin noch mehr Druck auf den Arbeitsmarkt und das große Problem in den Staaten aktuell ist, dass die Nachfrage nach Arbeitskräften noch da ist, aber die Arbeiter einfach fehlen. Und das führt dazu, dass die Stundenlöhne steigen müssen, weil einfach das Angebot, das Arbeitsangebot nicht ausreichend vorhanden ist. Also die Arbeitskräfte fehlen. Man könnte natürlich auf der Angebotsseite ein paar Stellschrauben drehen, beispielsweise indem man mehr Einwanderung zulässt, ist aber politisch natürlich nicht gerne gesehen. Und deshalb ist die Lösung für das Gleichgewicht im Arbeitsmarkt, was jetzt gerade nicht vorhanden ist, an der Nachfrageseite rumzuschrauben. Und das tut die US-Notenbank, indem sie die Leitzinsen erhöht. Und ja, viele Analysten sagen, dass die 5%, die aktuell eingepreist sind vom Markt, die Leitzinsen, werden ja auf 5% steigen. Das sehen wir auch an den Fed Funds Futures. Das kann sich natürlich noch ändern. Wir haben natürlich hier den Peak mit 5,2% gesehen. Dann sind wir hier wieder auf 4,8% gefallen. Jetzt aktuell wieder bei 5%. Aber man geht eigentlich davon aus, dass diese 5% nicht ausreichen werden, um genug Druck auf die Unternehmen auszuüben, damit sie weniger einstellen bzw. noch mehr entlassen. Unter normalen Umständen war 3,5% Arbeitslosenquote eigentlich genau der Wert, wo genau dieses Gleichgewicht erreicht worden ist. Jetzt ist die Rede davon, dass diese Arbeitslosenquote auf mindestens 4,5% steigen muss. Und wir sehen aktuell immer noch keine Auswirkungen von den Leitzinserhöhungen. Und deswegen ist halt die Gefahr da, dass die US-Notenbank noch aggressiver vorgehen muss. Natürlich einhergehend mit der Gefahr, dass wir eine stärkere und von einer längeren Dauer anhaltenden Rezession ausgehen müssen in so einem Szenario. Deswegen Arbeitsmarkt wird sehr wichtig sein. Die Effekte der Leitzinserhöhungen können sich auch erst vielleicht Anfang nächsten Jahres zeigen. Wir haben schon einige große Unternehmen gesehen, die ja Mitarbeiter entlassen haben. Aber wir sind noch weit davon entfernt, bei dem Punkt zu sein, was die US-Notenbank da sehen will, um nicht da noch eine zusätzliche Lohninflation zu sehen und dementsprechend dann noch weiteren Druck auf die Inflation auszuüben. Also diese Werte sind hier gar nicht gut für die US-Notenbank. Das muss man sagen. Die Lohninflation wird hier weiter angetrieben dadurch, dass einfach zu viel Nachfrage nach Arbeitskräften vorherrscht. Und zu wenig Angebot heißt wenig Arbeitskräfte, die nach Arbeit gerade suchen. Kann auch verschiedene Gründe haben, kann auch wieder sich dynamisch ändern. Und deswegen werden wir das weiter beobachten. Positive Entwicklungen, zumindest historisch betrachtet, sehen wir, wenn wir mal das Margen Depp uns anschauen. Margen Depp ist einfach gesagt, die Kreditschuld bei Anlegern, wie viele Kredite, wie viele Margen nehmen sie auf, um einzusteigen. In Rot wird hier Margen Depp dargestellt, aber in Vers, das heißt, wenn wir hier ganz weit unten sind, ist die Kreditschuld bei den Anlegern besonders hoch. Dadurch, dass die Preise hier gefallen sind, wurden natürlich viele Positionen zwangsgeschlossen auch und Margen Depp ist hier gefallen. Und das ist ein positives Zeichen, wenn man mal historisch das Ganze mal betrachtet. Hier 2008, 2009 in der Rezession, in der Finanzkrise ist auch Margen Depp hier gefallen. Und dann konnten sich die Märkte wieder erholen, dadurch, dass hier ein Reset stattgefunden hat und der Markt dann halt wieder gesund wachsen konnte. Und was spannend in diesem Chart ist für mich, ist die Tatsache, dass diese Gegenbewegung im Margen Depp niemals die Bereiche erreichen, wo wir vorher waren. Wenn man mal die Dotcom-Blase sich mal hier anschaut, wo dann hier das Tief erreicht worden ist im Margen Depp und hier danach in der Finanzkrise sind wir nicht auf dieses Niveau wie nochmal zurückgelaufen. Und deswegen könnte man aus meiner Sicht hier die Annahme treffen, dass hier auch die Gegenbewegung aktuell im Margen Depp, dass hier die Positionen geschlossen sind, dass wir da auch schon ein gewisses Potenzial erreicht haben, dass wir auch nicht mehr genau auf dieses Niveau hier noch steigen müssen bzw. fallen müssen. Das ist ja hier im Vers dargestellt. Also das könnte hier ein positiver Faktor werden, weil die ganzen übergehebelten Positionen ausgespült worden sind. Die ganzen Positionen, die auf Kredit gekauft worden sind, ist bei uns nicht so gängig, aber vor allem in den Staaten leider sehr haltläufig, dass da einfach Kredite aufgenommen werden, um Aktien beispielsweise zu kaufen. Und diese Positionen sind teilweise jetzt ausgespült worden, natürlich nicht 100%, aber schon in einem Maß, wo wir von einer gewissen Kapitulation sprechen können. Dann wie eingangs erwähnt, ein großer globaler Krypto-Dienstleister, der ein paar Alarmglocken läuten lässt. Ich habe schon früh gesagt, Leute, passt auf bei Lending-Diensten aktuell generell, not your keys, not your coins, aber in der aktuellen Phase besonders gefährlich. Und diese Entwicklung finde ich auch sehr suspekt, weil sich Nexo, einer der größten Lending-Dienstleister, die jetzt sowieso noch übrig geblieben sind, die haben jetzt in einem Blogbeitrag hier verkündet, dass sie sich aus den Staaten zurückziehen wollen. Produkte und Dienstleistungen werden in den Vereinigten Staaten in den kommenden Monaten schrittweise und geordnet eingestellt. Es heißt, es gehe vor allem um die regulatorischen Aspekte. Sie haben, ja, gutgläubig 18 Monate mit den US-Regulierungsbehörden sich ausgetauscht und sind da aber jetzt in einer Sackgasse gelandet. Und deswegen ziehen sie sich da zurück. Ab dem 6. Dezember, also ab heute, werden in acht US-Bundesstaaten verschiedene Produkte halt nicht mehr nutzbar sein, Earn Interest beispielsweise. Und das ist für mich ein klares Warnzeichen dafür, dass entweder wirklich das so war, dass Nexo jetzt hier einfach sagt, okay, wir haben jetzt hier keine regulatorische Sicherheit oder sie bekommen Probleme, Liquiditätsprobleme und wollen sich da zurückziehen, wo es halt den meisten Ärger geben könnte. So kann man es, glaube ich, formulieren. Und das ist für mich ein Warnsignal, nochmal zusätzlich generell Lending-Dienste, Leute aktuell in der aktuellen Phase nur ein paar Prozente hier einzufahren, langfristig vor allem auf zentralisierten Plattformen das Geld liegen zu lassen, die Coins liegen zu lassen, absolut fahrlässig meiner Meinung nach. Und das ist hier ein weiteres Indiz dafür, dass vielleicht auch Nexo, ja, als nächstes Probleme bekommen könnte. Überall, wo es Verlierer gibt, gibt es natürlich aber auch Gewinner. Und Goldman Sachs möchte jetzt hier zu den Gewinnern gehören. Reuters berichtet nämlich heute rausgekommen, dieser Bericht, dass Goldman Sachs sehr daran interessiert ist, diese gescheiterten Unternehmen aufzukaufen, die Assets aufzukaufen. Sie sagen, die Implosion von FTX hat den Bedarf an vertrauenswürdigeren, regulierten Kryptowährungsakteuren erhöht und große Banken sehen eine Gelegenheit, Geschäfte anzukurbeln. Also derzeit prüft Goldman Sachs verschiedene Kryptofirmen, um da einfach rein investieren zu können. Wie gesagt, entweder komplette Unternehmen oder einfach auch nur die Assets. Die Assets wäre meiner Meinung nach auch gefährlich, weil ich glaube nicht, dass Goldman Sachs groß Interesse daran hat, ja, langfristig diese Assets zu halten. Sie werden das Bestreben haben, ja, günstig diese Assets aufzukaufen und dann direkt so effizient wie möglich auch dann wieder zu veräußern, um dann die Gewinne mitzunehmen. Also sehr interessant, hatten wir auch schon jetzt ein paar Mal gehört, dass große Banken da Interesse haben. Ob dann jetzt am Ende des Tages was dabei rauskommt, werden wir abwarten müssen. Aber dass da natürlich jetzt hier viele Akteure bereits sitzen mit Geld in der Hand und da natürlich günstig einsteigen wollen, ist ja auch klar. Zu Bitcoin-Adoption gibt es auch positive News. Es geht hier um Strike, Lightning-Unternehmen und die haben in drei afrikanischen Staaten die Zahlungen mit Lightning verfügbar gemacht. Es geht um Nigeria, Kenia und Ghana. Aber bei solchen News brauchen wir eigentlich gar nicht zu sehr ins Detail gehen, sondern es kommt einfach am Ende des Tages ja auch wieder darauf an, wie wird es angenommen. Sehr wichtig, dass das überhaupt zur Verfügung steht, aber die, ja, Menschen müssen es auch annehmen. Es muss im Alltag ankommen und das werden wir weiter begleiten müssen. Bevor wir zu den Liquidierungsdaten kommen, ein Hinweis nochmal zu BingX. Ihr bekommt immer noch die 50 Dollar gratis, womit ihr dann traden könnt und die Profite euch auszahlen könnt. Den Bonus könnt ihr euch nicht auszahlen. Und zusätzlich gibt es jetzt auch noch ein Einzahlungsevent, was noch sechs Tage läuft. Je nachdem, wie viel ihr einzahlt, bekommt ihr dann einen Bonus. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ich persönlich nutze BingX, ist EU-reguliert, bedeutet aber trotzdem nicht, dass man all seine Assets auf einer Plattform haben sollte. Also hundertprozentige Sicherheit gibt es auch hier nicht. Aber falls ihr handeln wollt etc., eignet sich BingX meiner Meinung nach aktuell sehr gut. Viel geringere Gebühren als die Konkurrenz auch. Top-Liquidität fällt fast nie aus und ja, hat auch noch gute Aktionen. Damit unterstützt ihr natürlich aber auch mich. Falls euch das interessiert, findet ihr den Link, wie gesagt, unten in der Videobeschreibung. So, wie versprochen, die Liquidierungszonen, die aktuell entstanden sind, wir hatten eine längere Zeit, zumindest in diesem Chart, keine relevanten Liquidierungszonen. Die sind jetzt wieder entstanden. Viele Leute gehen wieder Positionen ein und dadurch haben wir natürlich Liquidierungszonen, wo diese Positionen zwangsgeschlossen werden könnten. Und historisch betrachtet und erfahrungsgemäß habt ihr jetzt auch lange mit begleitet, diese Liquidierungszonen werden die auch immer wieder gut abgeholt. Eignet sich ja nicht als Entrance sozusagen, als Einstiegspunkte, aber ja für einen Indikator dafür, wo der Kurs hinlaufen könnte. Und wir sehen, nach unten hin haben wir aktuellen Bereich bei 16.800 Dollar. Dieser Konsolidierungszone wird aktuell getradet von den Long-Tradern mit der Hoffnung, dass wir da drüber kommen und dass dann hier diese rote Box, die ich euch gezeigt habe, dann als Support haben können. Darunter nochmal 16.500 US-Dollar und nach oben sind es die 17.400, also knapp über dem, wo wir ja zuletzt waren, mit dem Hoch 17.400 und da wäre dann die erste Liquidierungszone für die Short-Position und danach kommen die 17.560 und 17.600 Dollar. Darüber gibt es jetzt nichts mehr und nach unten gibt es dann noch die 15.900. Also der Markt ist im Prinzip bei Bitcoin aktuell komplett im Gleichgewicht, so hat man zumindest das Gefühl. Es gibt keine großen Ausschläge. Es gibt eher hier den Abverkauf im traditionellen Markt. Der S&P 500 ist jetzt da angekommen, wo er am 30. November war und in der Zwischenzeit konnte er hier Bitcoin auch konsolidieren, nochmal ein höheres Hoch hinlegen. Aber wenn man nochmal hier rausgeht mit der FTX-Geschichte, hinken wir natürlich immer noch weiter her. Also diese ganze Bewegung, die wir vor allem letzte Woche gesehen haben, deswegen habe ich auch diesen Post hier rausgehauen. Es gibt eigentlich keine neuen Erkenntnisse und auch keinen großen Grund hier, diese Rede aufzukaufen, da Long-Positionen einzugehen und das spiegelt sich hier vor allem beim S&P 500 wieder, läuft jetzt hier wieder alles zurück, die Erkenntnis kommt, okay, wir haben am 14. nächste Woche, haben wir die Leitzensentscheidung wieder, da werden wieder alle Augen drauf gerichtet sein und vorher werden wir einfach drauf schauen, wie vor allem die Unternehmen performen, wie die Makrodaten, die in der Zwischenzeit kommen und vielleicht auch einige Aussagen von Notenbankern, das wird entscheidend sein und für Bitcoin heißt es einfach durchhalten aktuell. Also die Phase ist noch nicht überstanden, wo man sagen könnte, okay, alle Unternehmen sind schon raus, die rausfallen können, Insolvenz anmelden können etc. Und je länger sich das hier so stark hält, desto besser natürlich. Das war auch schon das Video für heute, ich hoffe, es hat dir gefallen. Falls ja, lass gerne einen Daumen nach oben, da das hilft wirklich sehr. Vielen Dank wie immer für das positive Feedback. Schreibt auch gerne einen Kommentar für den Algorithmus und wie gesagt, die Links in der Videobeschreibung, falls ihr nur investieren wollt, beispielsweise auch Bitwavo nutze ich auch selbst in Amsterdam. Da könnt ihr am besten mit Fiat kaufen, also Fiat Gateway, Bitwavo und zum Traden BingX. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ciao, ciao.